Auf Starkdeutsch von mir würde keiner von Ihnen wahrscheinlich wissen, wen ich jetzt ansage. Die Dame heißt immer noch Caroline Müller. Jetzt kommt sie wirklich zu Ihnen. Sie hat vor gut einem halben Jahr einen Mann kennengelernt, der im Augenblick für jede Überraschung gut ist. Den Hitmacher in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, Dieter Bohlen, dem Blonden von Modern Talking. Fortan nennt sie sich Sissi Ketch. Hier ist sie mit Strangers by Night. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020